Herzlich Willkommen zu einem neuen Video. In diesem Video werden wir ein paar Runden mit dem Ninja-Kit auf Gamma Skywars spielen. Mal sehen, ob wir die eine oder andere Runde gewinnen. Wenn nicht, dann bin ich ziemlich traurig. Und ja, lasst gerne einen Like und einen Abonnenten. Okay Leute, da sind wir jetzt auch schon in der ersten Runde mit dem Ninja-Kit. Ähm, ich habe mich schon ein bisschen warm gespielt mit jemandem. Und ja. Ähm, ich spiele aktuell ein bisschen mit der linken Hand. Füße ich auch irgendwie ein bisschen so mehr an, als würde ich dadurch, dass es jetzt geht. Und ich sehe direkt, wir haben keinen Schwert. Das ist nicht so gut. Nein, vielleicht ist da hinten noch ein Schwert. Schade. Hätte klappen können. Okay Leute. Nachdem diese Runde jetzt nicht so gut war, machen wir jetzt einfach mal die nächste. Hoffen, dass die besser wird. Okay, wir haben mal wieder kein Schwert. Aber es sieht trotzdem nicht so schlecht aus. Würde ich mal behaupten. Okay. Also eher den Schwert. Oh Gott, vielleicht haben wir ja Glück. Ich meine, das Schwert sollte er jetzt eigentlich nicht verbranmen. Hä? Ist das Schwert gerade ernsthaft verbrannt? Gomme? Oh Gott, der hatte ein Netheroid-Schwert. Ist einfach verbrannt? Sorry, ich wusste nicht, dass ihr so mich hasst oder keine Ahnung. Oh mein Gott, hier ist endlich ein Schwert. Wo bekommst du denn her? Und dann Bienen, hat der vielleicht auch ein besseres Schwert? Nee, aber er hat nicht die Hose. Wenigstens etwas, Leute. Ich weiß halt nicht mal, was das Ninja Kid macht. Wenn man jemanden killt, weil bei Engel bekommt man ja dann so ein Gap. Bei Jäger Kid bekommt man ja ein Zusatzherz. Okay, er ist Level 100, sorry. Alter, sorry, okay, 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 okay. Ja, GG. So. Er ist wieder drin, ich fasse nicht. Oh Gott, bei Dubai ist auch so eine riesige Chance, dass der mein Nachbar ist, ne? Ich fasse es nicht. Na okay, und die gehen jetzt alle. Und wir müssen sowas von jetzt so schnell in die Mitte. Ich fasse es nicht, wie schnell wir jetzt in die Mitte müssen. Oh Gott, und wir haben wenigstens ein Schwert, Leute. Da hatte ich gerade am meisten Angst. Oh mein Gott. Ich habe halt auch so Angst vor dem Level, vor dem 100er Level. Vor dem Typ mit den 100 Leveln. Okay. Oh Gott, und wir müssen wieder dorthin. Ja, okay. Okay, also das hier ist wahrscheinlich die letzte Runde. Das müssen wir eigentlich gewinnen, Leute. Ich habe jetzt hier nicht gesehen, was für Level die Leute sind, aber wir müssen einfach gewinnen. Ey, ich habe keine Lust hier rauszugehen ohne einen Win. Das bedeutet, wir werden jetzt noch nicht reinschwitzen. Also, ich würde jetzt nicht reinsitzen und wir sehen uns dann. Ich würde jetzt nicht reinschauen. Das war's für heute. 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 Das war's für heute.